Hallo liebe Absolventinnen und Absolventen. Auch ich möchte Sie heute Abend herzlich begrüßen und Ihnen allen zu Ihrem bestandenen Studium gratulieren. You did it! Sie können stolz auf sich sein. Und falls Sie sich jetzt fragen, wer ich bin, mein Name ist Künni und ich bin seit neuestem hier am Campus Künzelsau unterwegs, um jedem zu zeigen, wie cool es ist, hier an der Reinhold-Würth-Hochschule zu studieren. Nanu, was ist denn hier los? Hallöchen zusammen! Das sieht ja interessant aus. Was macht ihr denn hier? Wir packen Pakete für die Graduierungsfeier. Das ist ja cool! Was ist denn da alles drin? Etwas zum Knabbern, ein Fläschchen zum Anstoßen und natürlich die Einladung zur Graduierungsfeier. Klingt sehr lecker, auch wenn für mich ein bisschen Grün fehlt. Aber die Absolventinnen und Absolventen sind jetzt auf jeden Fall gut versorgt und können gemeinsam virtuell anstoßen. Habt ihr denn noch eine Einladung übrig? Das würde mich sehr interessieren, wie so eine digitale Graduierungsfeier abläuft. Gut versorgt mit Knabbereien und einem kleinen Fläschchen zum Anstoßen wünsche ich Ihnen nun noch einen unterhaltsamen Abend. Vielleicht laufen wir uns ja bald einmal persönlich über den Weg. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.